Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Jugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlafen. Nur wer bereit zum Aufbruch ist und Reise mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Hol an den Herz. Nimm Abschied und Gesunde. Wir hobfahren in der Hände. Wir Trocken in der Throne. Für Base Sامte. Wir sind nichts zum Aufbruch. Bis zum Aufbruch ist ein Räumen! Erstens. F Herr 14. Nimm auf Werái. Wenn es gar nicht gut geht, Untertitelung des ZDF, 2020